Die FCB News präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, BWIN. So ein Spiel wie heute, liebe Fußballfans, hat es möglicherweise noch nie gegeben. Es spielen die beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander, Borussia Dortmund gegen Bayern München. Der ehemalige deutsche Meister gegen den neuen deutschen Meister. Mehr noch, die beiden besten Mannschaften Europas, die am 25. Mai im Londoner Wemble Stadion das Finale um die Champions League spielen werden. Im Dortmunder Stadion herrscht Stimmung, mehr noch, es wird in den kommenden ein, zwei Stunden ziemliche Aggressivität herrschen. Dennoch, was während der 90 Minuten auf dem Spielfeld passiert, interessiert heute nur zweirangig. 21 Tage vor dem Finale in London wollen sich beide Trainer nicht in die Karten schauen lassen. Jürgen Klopp rotiert ein wenig, Jupp Heynckes dafür umso mehr. Nicht weniger als sechs Spieler hat er zu Hause gelassen. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Frank Ribery, Dante und Mario Manzukic. Was bleibt übrig? Diese Mannschaft. Im Tor Kapitän Manuel Neuer. In der Abwehr von rechts Rafinha, Daniel van Beuten, Jerome Boateng und Diego Contento. Im defensiven Mittelfeld Anatoly Timoschuk und Luis Gustavo. Im Angriff von rechts Cerdan Shaqiri, Claudio Pizarro, David Alaba und ganz vorne Mario Gomez. Als Einwechselspieler auf der Bank sitzen Tom Starke, Javi Martinez, Patrick Weihrauch, Thomas Müller, Pierre Emil Heuberg, Emre Can und Wladimir Rankovic. Um was geht es heute Nachmittag im Dortmunder Stadion? Wie gesagt, sportlich eigentlich nur zweitrangig. Dennoch, es ist so ein kleiner Moment, wo man dem Gegner schon mal zeigen kann, was vielleicht in 21 Tagen ganz wichtig ist. Respekt sich zu holen. Ich kann Ihnen sagen, unsere Mannschaft im Trainingslager hier vor den Toren von Dortmund war heute gelöst. Aber je näher wir ans Dortmunder Stadion gekommen sind, umso konzentrierter. Natürlich wollen wir heute gewinnen. Natürlich wollen wir den Dortmund und vor allen Dingen Ihren 80.000 Zuschauern heute zeigen, wer der neue deutsche Meister ist. Und vielleicht sich einen kleinen psychologischen Vorteil holen fürs Champions League Finale. Es wird schwer. Es wird sehr schwer. Aber warten wir es ab. Drücken Sie die Daumen. Gleich geht's los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017